Man, das kann doch nicht angehen! Wieso geht ihr keiner an dein Scheiß-Telefon? Wart ist denn hier los? Ich hab geheult gekriegt, wieso krieg ich den wieder geheult? Ja? Hallo, hol mich mal ab! Wo soll ich dich abholen? Wir kommen zu einem Haus! Bei A! Nicht A! Komm hier! Ich wurde gerade umgefahren, ich bin... Das ist nicht mein Problem! Lebst du noch? Ja... Gut, dann bewegt dein Arsch hierher! Das kann ich nicht! Das ist nicht mein Problem! Ja? Hallo, holst du mich mal bei Hans an? Bei Hohenz? Bei Hans? Achso, ein Aki ist tot! Was? Ja, ich hab gerade mit dir telefoniert, der wurde währenddessen umgefahren! Von wem? Weiß ich nicht! Der hat nur gesagt, äh... Kommt mich deswegen nicht hervor, weil er fast am sterben war! Die faule Sau! Ja, ich hol dich gleich ab! Abmarsch jetzt hier! Ich wart hier schon! Ja, hab dich liebend gleich tun! Der Server ist da! Wo bleibst du denn? Na, ich bin doch schon quasi da! Wo? Wie? Wann? Wo da? Ja, jetzt hier gleich! Pass auf! Ich pass auf! Ja, pass gut auf! Halt dich fest! Pass auf! Ich halt mich fest! Halt dich fest! Ich halt mich fest! Ja! Hier ist er! Wo? Ja! Wo? Oh ne! Oh ne! Oh ne! Du kriegst den Lohn! Wie du kriegst Lohn? 202 Dollar! Aha! War das ein Grund? Aha! Gut zu wissen! Achso, wusstest du das nicht? Nee, ich wusste das nicht! Entschuldigung! Ich krieg mich auch keinen! Achso, ich krieg Lohn! Aber ich hab auch was hatte ich hier vor der... Gut! Das werde ich mir merken! Hier kann ich noch nichts für! Ja! Ich hab das nicht eingestellt! Ja, ja! Würde ich jetzt auch sagen! Ja, das würde ich jetzt auch sagen! Ja, das würde ich jetzt auch sagen! Ein kleines! Was macht der Knopf? Entschuldigung! Kannst du auch fahren und telefonieren? Kannst du mal die Schnauze halten, du alter Sack! Was denn? Du hast deine Motorhabe verloren! Du verlierst gleich was ganz anderes! Mal ein Gebiss hab ich schon verloren! Vielleicht auch dein Augenlicht! Was? Ich weiß nicht! Wie sieht's aus mit der Firma? Lauf du? Weiß ich nicht! Wieso? Ja! Sag mal dein... Was hat er gemacht? Ich weiß nicht, was er so macht, aber... Langsam reicht's mir! Wenn ihr jetzt schon beide Gehalt kriegt... Ja, dann kann ich noch nichts für! Ja, ich... Ich stell's wieder um! Es ist deine Brut! Du stellst das wieder um! Kannst du das? Ja! Ich krieg wieder keinen Lohn! Also ich wär dafür, dass Hans keinen Lohn mehr kriegt! Ja, ich kann ihn ja nicht... Also ich kann schon! Kann ihn ja rausschmeißen! Als Inhaber, wenn du willst! Ja! Da wär ich dafür! Ne, kann ich nicht! Der hat ja immer... Ich mach dir so schlechte Arbeit oder was ist los? Weißt du, was das Problem ist? Da sind mir immer nur die Hälfte erzielt! Ja, mir ja anscheinend auch! Ja, dass er Termine macht und dann nicht da ist... Schmeiß ihn raus! Kann ich nicht! Wegen dem Vertrag! Schmeiß ihn... Was für'n Vertrag! Ich hab' mir doch die Fifty-Fifty gegeben von der Firma! Und da... Darüber gibt's auch noch einen Vertrag? Ja! Boah, scheiße! Du hast mir selber den Arsch gefickt, Junge! Ja! Das ist es doch! Sonst wäre das schon... Sonst hätte ich doch schon nächstes Mal den Onkel Adolf gemacht! Äh... Hatte ich den GP hierher gefahren? Hat der dafür Geld verlangt? Ja, Mann! Wie viel? Zu viel! Moment, der hat dich hergefahren? Ist der ein Taxi-Fahrer? Äh... Das ist kein Taxi-Fahrer-Reichbar! Was ist er? Sag mal! Bist du so ne Art Uber-Driver? Hey! No! Ich bin ne Geld-Driver, weißt du? Ich mach Taxifahrten! Du machst Taxi- Du machst Taxi- Du machst Taxifahrten? Ja, genau! Das lässt du schön bleiben! Warum? Weil ich dir sonst irgendwie ne Kugel drücke! Was wirst du drücken? Ich drück' dir ne Kugel, wenn du wolltest, ein Taxi fährst, du Sau! Brauchst du Taxi-Fahrer-Reich-Fahrt? Okay, bekomm ich bisschen Trinkgeld oder... Nix da! Doch! Gar nix! Warum? Weil ich der Taxi-Chef bin! Und wenn ich die Nummer wische, dass du Taxi fährst, dann schlag' ich dir deinen Fädel ein! Ich bin Uber-Driver, warte doch! Ist mir scheißegal, was du machst! Gibt's nicht mehr! Gibt's nicht mehr! Wenn ich die Nummer wische, gibt's Ärger! Hast du nicht verstanden? Alles gut, alles gut! Okay, beruh' dich! Gut! Abmarsch jetzt! Ab und dein Auto! Abfahren! Was ist los mit dem? Gibt's Stress? Nee! Das ist nicht das erste Mal! Das ist nicht das erste Mal, dass der Penner so ne Aktion abzieht! Nächstes Mal bring' ich den in die Kugel, du Sau! Aha! Okay! Scheiße! Warte! Nein! Warte! Knicker! Warte! Ich hab' keinen Schlüssel! Ich hab' keinen Schlüssel! Für den Hermes war auch kein Schlüssel! Wo sind die Schlüssel? Den hab' ich den? Den hab' ich Dinges gegeben! Sano! Damit ihr die bewegt! Du hast kein Auto? Ja! Also ich hab' noch Auto, aber das steht da! Hans-Peter drauf! Darf' ich den Typen umbringen? Den? Den? Diesen Miguel? Ja! Von mir aus? Okay! Warte doch einfach, bis Sano da ist und dann gibt's dir die Schlüssel! Nee! Ich weiß doch nicht, ob Sano die überhaupt noch! Hat die alles da? Na klar! Warum sollte sie den nicht mehr haben? Wer weiß, wo die die hingesteckt hat? Das ist da unten ja auch wieder Grand Canyon! Hallo! Schlüssel! Schlüssel! Hallo! Schlüssel! Schlüssel! Das ist ja, weißt du? Das ist wie ne Bockwurst in der Turnhalle! Aber Erich! Ja! Nicht wieder mit Scheiße nach irgendwen werfen! Nein! Ist gut! Mhm! Äh... Ich soll mit dir ein Hühnchen rumpfen! Warum? Von deinem Sohn! Was will der? Ich hab schon vergessen warum, aber der meinte irgendwie was, äh... Dass ich mal mit dir reden soll, weil du immer verwirrter wirst! Und äh... Immer mehr Mist baust! Quatsch! Ich verstehe gar nicht, was er meint! Ich weiß auch nicht, was er meint! Ich bin einer der... Ich bin einer der ruhigsten Menschen, die so stort ist! Impf! Mir kann man sich immer unterhalten! Ja, ist so ruhig, dass man sie bis hierhin hört, oder was? Ja, ist mal! Das meinst du jetzt nicht ganz ernsthaft, oder? Hä? Ich mach mir die gleiche Stürze, was ich mit dem Brusch gemacht hab! Ich hab ihn in den Windel ins Gesicht geschmissen! Ja! Ja! Von wem tragen Sie Vorlagen? Ja, 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 ja! Sind Sie das? Ja! Schreien Sie mich nicht so an! Was? Ah! Ich frage ihn am Telefon, wer sind Sie? Der Jared! Hallo Herr Jared! Sind Sie Jeff Jared, der vom WWE? Ne, ich bin Evil Jared, der Böse! Ich bin Böse! Au! Ich hasse Böse! Das machen wir! Jetzt schon? Ja, das ist schon nach vier! Alter, du wirst ja fast zum Uwe-Hörmer! Ja, ich bin auch dabei! Sie sind Polizei? Ja! Sind wir nicht Clown? Nee, sie sind... Gab's sowas damals in der DDR? Bitte? Gab's sowas wie Clowns in der DDR? Hat man überhaupt gelacht? Durfte man das? Ja, hat man richtig gelacht! Da war alles noch gut! Weißt, was ich auch nicht verstehe? Spanisch! Ja, hier ist Spanisch und Türkisch! In Türkisch kann ich! Echt? Ich schwör auf Koran, Bruder! La, muss los! Das ist meine Karre! Das hat mein Sohn mir damals geschenkt! Ich hab nur den Fasserschauer nicht gekriegt! Die ist auch nicht gestohlen! Halt's Maul! Nein, das ist wirklich seiner! Sie machen sich besser, Herr Knicker, ne? Das ist wirklich mein Auto! Fragen Sie meinen Sohn! Der ist aber nicht da! Sie sind witzig! Fragen Sie meinen Sohn und dann ist er nicht da! Wenn Sie jetzt sagen, dass das bei mir am Raum steht oder so! Oh, nein! Dreh ich durch! Jo? Wenn Sie dann anfangen, mich zu hauen, dann hauen die Kollegen sie auch! Nein, alles gut! Ich hau auch! Ich hab schon mal gegen euch alle gewonnen! Warum? Weil du eine Bedele geschmissen hast? Ja, gegen Brosch! Ach, sie sind... Ja, jetzt erinnere ich mich wieder, ja! Das war ein Running-Gag hier die ganze Zeit lang! Ja, bitte! Habe ich gern gemacht! Konnte nicht geordnet werden, steht in irgendein Parkhaus oder in irgendeiner Verwahrstelle! Schönen Tag noch! Ebenso! Ficken Sie sich! Die Bede? Schönen Tag noch! Ebenso! Arsch noch! Kann man so sein! Was zur Hölle machst du da? Der wird 1000 Dollar abgezogen dafür, dass ich jetzt immer noch nicht weiß, wo das Ding steht! Was hast du vor? Ich hab noch mal geguckt, ob dieser komische Miguel hier rumfährt! Ich hab hier ein Quad! Was willst du denn damit? Kannst du noch nicht mal ein Auto fahren? Ja, aber das ist doch viel wendiger! Ja, viel wendiger! Das bedeutet, wir klatschen eher gegen die Wand als im Gegenverkehr! Wollen wir den Schieber aufs Maul hauen? Wollen wir das? Ja! Mit Erich! Ist sonst irgendwas Spannendes passiert, was ich wissen muss? Wo ich vor aufpassen muss oder so? Hans wurde umgeknüppelt! Ich wurde umgeknüppelt! Kira wurde abgeballert! Ihr wurdet umgeknüppelt?! Ja! Von wem? Weiß ich nicht! Den bringen wir um! Ich weiß von wem! Ich hör auf! Wer nur hinter dieser Aktion steckt! Der Erich steht ja in der Aktion, dass die beiden angegriffen worden sind! Hast du von Aki die Nummer? Hast du ein Hörgerät mittlerweile eigentlich? Hä? Ob du ein Hörgerät hast? Nee, wieso? Ich weiß nicht! Komm manchmal so rüber, als würdest du schlecht hören! Hä? Was? Erich? Ja! Hör auf! Was? Das wollte ich jetzt nicht wissen! Möchten Sie ein Bonbons? Ich soll ja keine Bonbons von fremden Leuten nehmen! Das ist ein Kirschbonbons! Ich will keine Bonbons! Und so wirklich keins! Ja, gib her! Hier, bitteschön! Dankeschön! Aber das esse ich später! Ich darf jetzt noch nichts essen! Warum nicht? Ich hab nur ein Mittag! Und ich kann mir auch nichts leisten! Warum nicht? Weil mir mein ganzes Geld geklaut wurde! Das ist schlecht! Ja! Ja! Da war ich tatsächlich! Der Herr! Wenn Sie ja beim Taxi arbeiten! Ich hab da! Ich bin mal mit dem Bus heute gefahren! Ja! Sind Sie? Ja! Und da war eine Dame und dann wo sie an den Taxi zentral war, kam so eine Durchsage, dass da nur kriminelles Pack arbeiten würde! Ist das so! Ja! Das haben die vom Bus gesagt? Ja! Das sah aus wie ein Mann! Ja! Moment mal! Die sah aus wie ein Mann, sagst du? Oder hat Pinke Zöpfe gehabt? Ja, richtig! Und die arbeitet beim Bus! Ja! Nika! Wir müssen die Herbert umlegen! Warum? Weil der rumerzählt, dass wir den kriminellen Pack sind! Sind wir auch! Aber das muss ja nicht rumerzählt werden! Ja! Aber wenn du Herbert jetzt umlegen wollen würdest, ne? Ja! Würde es dann nicht das bestätigen? Ja! Wäre das nicht trotzdem dann schlecht? Weil dann hat Herbert ja recht gehabt! Nee! Er kann ja nichts mehr erzählen! Wann wendet sich nicht gegen das Taxi? Mit Blut rein! Mit Blut raus! Ja! Aber dann hätten wir Shepard früher umlegen müssen! Ja! Ich mach das jetzt! Bis später! Ja! Warte! Ich komm mit! Ja! 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 Hi! Hey! Du hast vorhin angerufen! Ja! Hast du meine Schlüssel noch? Äh! Nee! Die hat Hans! Oh! Mann! Mhm! Die hab ich ihm gegeben! Scheiße! Weil ich gedacht hab, dass er dich vorher wieder sieht! Ich mein, ihr seid ja immerhin Vater und Sohn! Hab ich mal gedacht, dass er vielleicht vorher bei dir mal vorbeiguckt! Nee! Nicht wirklich! Ja! Dann ist Punkt! Ich hab keine Ahnung! Hast du heute jemanden angestellt? Nee! Okay! Okay! Dann war das wohl Knicker! Ähm! Ja! Und jetzt? Du könntest höchstens einen Abschlepper bestellen, der dir das Auto... Ja! Ich hab ja nur ein Auto! Das andere ist ja auf ihn angemeldet! Würdest du fahren, wenn du Aufdränge bekommst? Was? Haben sie gerade... Wenn du Aufdränge bekommst, würdest du dann fahren? Nee! Nee! Oder fährst du einfach nur aus Spaß mit deinem Text rum? Haben sie es verstanden? Moment! Also Osano! Warte mal! Ihr denkt jemand, dass ich Herbert umlegen will! Moment! Ich will einfach nicht umlegen! Das ist nicht das hier! Das hast du mir aber ziemlich deutlich gesagt! Nee! Alles gut! Oh! Na dann! Ja gut! Osano! Ich muss später nochmal anrufen! Hallo! Na wie geht's? Muss nicht! Jaaa! Und sonst? Röger Tag bis jetzt? Ja! Aufregend irgendwas heute gewesen? Nee! Gut! Dann wird's jetzt aufregend! Wir sind vorläufe festgenommen! Warum? Da wir Morddrohungen mittlerweile haben und wir haben Befehle sie erstmal vorläufe festzunehmen! Ich steig' ja so ein! Ich mach doch mal nichts! Wir müssen leider jeden so behandeln wie wir jeden! Deshalb bitte ich sie einmal die Hände auf den Kopf zu nehmen und mit dem Morddrohungen! Morddrohungen? Ich darf die Fragen gewesen, gegen wen Morddrohungen? Das kleiden wir alles im Piggy! Okay! Nigga! Ich muss in den Knast! Oh, warte mal! Der Alte muss in den Knast! Was? Du musst in den Knast? Ja! Ich leg' ihn jetzt einmal die Handschellen an! Irgendwas für eine Morddrohung! Du wirst die auch gehen! Bis später! Nigga! Ich halte ihn jetzt einmal die Tür hinten auf! Ja! Ja, bitte! Nigga! Wer auch immer gesagt hat, dass er den Morddrohungen gekriegt hat von mir! Bring ihn um! Ich meine! Red mit ihm! Nimm ich da mal so auf! Erich? Ja! Ich komm' dann auch mal! Schreiber ist schon angerufen! Ja! Nur, dass die Bescheid wissen! Ich hab' ne Waffe dabei! Ja! Die nehm' ich Ihnen gleich ab! Aber die fühl' ich wieder arm! Ich hab' nie mal was damit getan! Ja! Geh' wir einmal hier rein! Haben Sie denn Beweise, dass Sie das gemacht haben? Äh... Haben Sie denn Beweise, dass Sie das gemacht haben? Nein! Wir klären das einmal! Wir klären das einmal! Ja, aber dann... Darf ich das mal ganz gut sagen dazu? Sie nehmen mich ja fest wie ein Schwerverbrecher! Muss ich denn erst mal ne Aussage machen? Aussage gegen Aussage und so'n Scheiß! Das machen wir jetzt gleich! Würden Sie sich einmal an die 20 stellen? Sie nehmen mich fest vorne! Sie nehmen mich fest vorne an meinem Taxi! Sie haben nämlich viele Schwerverbrecher! Wollen mich jetzt hier durchsuchen! Wollen wir die Sachen wegnehmen! Obwohl sie nicht mal Beweis haben, dass ich irgendwas gemacht hab! Oder mir wir angehört haben oder so! Ehrlich? Ja! Nee! Das ist unfair! Das ist mir bewusst! Aber wie gesagt, wir haben nur Befehle ausgeführt! Wir klären das jetzt gleich mit unserer Leitstellung ab! Und derzeit können Sie sich... Wie die Deutschen damals nur Befehle ausgeführt sein und jetzt nicht... Nee! Furchtbar! Wenn sich da nichts rauskommen sollte... Ja, aber das ist doch so nicht richtig, was Sie machen! Sie müssen doch erst mal mich anhören und doch mich festnehmen für irgendwas! Ich hab doch noch nicht mal ne Aussage gemacht! Können Sie gerne machen! Ich kann ja auch zu Ihnen... Ich kann ja auch sagen, Sie haben mir ne Morddrohung gegeben! Werden Sie denn auch so behandelt? Sie haben mir ne Morddrohung gegeben! Ich möchte Sie gerne anzeigen! Nehmen Sie Ihren Kollegen fest! Ja! Ja, aber Sie ist doch genau die gleiche Scheiße! Ja! Deshalb! Wie gesagt, deshalb haben wir Sie jetzt auch mal... Hier ist die... Sie haben mich instant festgenommen! Das ist Freiheitsberaubung! Ich möchte mit Ihrem Chef sprechen! Können Sie gerne machen! Ja, dann bringen Sie ihn mal her! Wie gesagt, wir haben nur Befehle ausgeführt! Die Leitstelle hat das so angehört! Ja, aber man kann auch mal nachdenken! Das ist ja richtig, dass Sie handeln, aber Erich ist ein Piss! Okay, ich fang mal an, ja? Nochmal? Ne! Nein, nein! Achso, ja! Ich möchte jetzt mal Ihre Sichtweise hören! Von was denn? Wo bist du? Wie, äh... Haben Sie eine Morddrohung ausgesprochen oder... Ne, wann, den, wo, den, was, wen? Können Sie mir immer sagen, wer, wie, wo, was? Ich weiß doch gar nicht, wovon Sie reden! Ja, äh... Sie sollen wohl eine Morddrohung am Stadtpark veräußert haben. Am Stadtpark? Wo bist du? Genau! Gegen wen? Da muss ich gleich mal kurz einmal meinen Kollegen nachfragen. Hallo! Der Kollege kommt gleich, der das, äh, irgendwie aufgenommen hat. Äh, der das gesagt hat, dass wir Sie festnehmen sollen. Ähm, mein Chef kommt auch soweit. Ja! Er sagt, wir können Sie auch gerne vorerst nochmal rausholen. Wie gesagt, Sie sind vor... Sie sind nicht... Ja, aber Sie... Doch, Sie haben mich ja festgenommen! Sie haben mich durchsucht, Sie haben mich in Fesseln gelegt und haben mich schon mal mitgenommen! Nö, 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 nö! Hätten Sie gesagt, Sie... Nein, 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 nein! Hätten Sie mich gesagt, kommen Sie mal bitte mit ins PD! Wer hier mitgekommen? Das wär für ne Aussage gewesen! Sie haben mich festgesetzt! Sie haben mich festgenommen! Ja, auf Befehl, äh, setzen Sie den Herich fest und... Ja, haben Sie den Haftbefehl? Haben Sie denn irgendwas vorliegen gegen mich? Haben Sie einen festen Beweis? Nein! Nö, aber... Wir haben... Wir haben das Recht, nachdem wir... Oh, fuck! Kommt, wir kommen gleich... Äh, ja... Kommen Sie mit! Ja, viel Spaß! Kommen Sie mit! Dann können wir das oben klären, das ist sinnlos hier oben unten. Ach nee, sag bloß! Jetzt steht mein Taxi da und das... Nix ist los da! Ist aber abgeschlossen, oder? Ja, aber ich hätte doch auch hierher fahren können! Ja, und wenn ich eine Aussage machen soll, ist doch gar kein Problem! Dann sagt doch Herr Erich, da liegt was gegen Sie vor! Wir müssen mit Ihnen reden, nicht gesagt... Alles klar, ich komm vorbei! Aber so, nehmen Sie mich fest hier vorne! Die Leute denken, ah, ich bin Schwerverbrecher! Wenn ich hier eine Aussage machen soll, ist ja gar kein Problem! Aber warum kommen die da an und nehmen mich direkt fest wie ein Schwerverbrecher und nehmen Sie mit Rechte vor und alles sowas! Weil Sie, weil Sie am Würfelpark, wir wurden gerade angerufen, weil Sie am Würfelpark Morddrohungen gegen das Busunternehmen ausgesprochen haben! Bullshit! Ich hab mit Nicker telefoniert! Genau, und Sie haben da lautstark rumgesprochen, mich haben zwei Leute angerufen, dass gerade der Mann mit dem schwarzen Anzug und der lauten Stimme am Würfelpark Morddrohungen gegen einen Mitarbeiter des Busunternehmens äußert! Da wir uns Sorgen gemacht haben, dass Sie jetzt gleich jemanden... Warum soll ich den jemanden umbringen vom Busunternehmen? Weiß ich nicht! Das ist Shitpad! Natürlich! Wenn ich zwei Personen anrufen und mir unabhängig voneinander berichten, ist gerade lautstark Morddrohungen von Ihnen geäußert worden! Ja, aber jetzt stehen Sie mal vor, das war auch erstmal eine alte, die wurde nicht mehr lange gebumst, die hat nämlich ganz schön der Scheiße gelabert, die ganze Zeit! Stehen wir vor, die ruft Sie an, weil sie auf mich sauer ist! Jetzt rufen ich und der Knicker an und sagen, dass Ihr Kollege direkt von Ihnen gegen uns Morddrohungen ausgesprochen hat! Nehmen Sie den auch so fest! Nein! Sie reden jetzt mit Ihnen und fragen ihn danach! Ja, alles ein Riesenmissverständnis! Das ist halt genauso! Das ist halt auch so! Ja, wie gesagt, tut mir leid! Ist ja auch nicht schlimm! Ich erkläre Sie auch mit Ihrer Leitstelle gerade! Alles gut! Ich möchte, ich wollte ganz gerne, dass Sie festgesetzt werden, weil ich nicht wusste, wie viel Gefahr von Ihnen ausgeht! Gar keine! Hallo Herr Hauser! Sind Sie Herr Hauser? Van Hauser! Van Hauser, ja! Na, Entschuldigung! Hallo! Kann ich hier kurz mit Ihnen reden? Und das Vier Augen bitte? Servus! Also es gab anscheinend Anruf hier, dass ich angemeldene Morddrohungen gegen den Busunternehmen machen würde! Ja! Das ist aber Missverständnis! Das Ding ist aber, die Darsteller sagt wohl, ja, ich sollte herkommen zum Gespräch! Ihr Kollegen fahren da an, nehmen mich fest mit Handschellen ein drum und dran, fahren nämlich für einen Schwerverbrecher, die suchen mich, lesen mir Rechte vor und packen mich unter die Zelle! Anstatt die sagen, Herr Erich, wir müssen mit Ihnen reden! Sie haben doch die Telefonnummer von uns, von Taxifirma! Ja, das ist richtig! Ja, warum? Jetzt stehe ich da, musste ich hier meinen Kollegen anrufen, weil der auch nicht wusste, was abgeht, unser Anwalt wurde angeschaltet, wir konnten jetzt keine Taxifahrt machen, wir mussten gerade 300 wegschicken! Ich hätte keinen Schadensersatz dafür! Dann müssen Sie da einen schriftlichen Antrag für stellen, Herr Erich! An sich, wenn man nur eine Aussage von Ihnen wollte, das ist natürlich nicht das normale Prozedere, dass man den Handfest hinlegt und mitnimmt! Und rechtlich vorliest und in Zelle steckt! Naja, wenn der Verdacht aber tatsächlich handfest bestehen sollte, dass Sie eine Straftat begangen haben könnten, dann haben wir das Recht, Sie so mitzunehmen und die Sache einmal zu klären! Das ist ja völlig verständlich! Aber vielleicht steht die Sache gerade selber, dass ich nur eine Aussage machen sollte und jetzt stehe ich hier ohne Auto, ohne Kunden, durchsucht, rechtlich vorgelesen, meine Hände tun weh von den Handschellen! Super! Verklagt die Scheiße aus dem Haus! Dann noch einen angenehmen Tag, ne? Ja, gleichfalls! Danke! Ich klag den jetzt die Scheiße aus dem Leib! Wem? Die Polizei! Geh zum Manik und lass mich was ausstellen, wir haben meine Hände, die tun mir voll weh die Handschellen! Und dann den Ruf und alles! Ich klag dich! Ich hab den Leitsteller erzählt, dass du mal was mit Schäfer hattest! Ach, du bist ne Fotze! Und ich hab dir gesagt, dass du mit Kugel drücken was anderes meintest! Du, wie kann man so sein? Fahr mich zu meinem Taxi! Bist du jetzt schon ausgelaugt von dem bisschen? Wie sollst du dann nur noch mit Shepard pimpern? Fick dich! Ne? Ernsthafte Frage, wenn du jetzt schon... Fahr mich zu meinem Taxi... Na was denn? Halt's mehr auf! Ja was denn? Halt die Fresse! Ist doch ne berechtigte Frage! Dann fällt kein Fall. Sano, kannst du mal deine Frau anrufen? Äh, deinen Mann? Ja, hab ich versucht, aber der ist... Wenn er da ist, jetzt muss ich mich melden! Ich will das Pity verklacken! Der ist nicht da! Alles gleich hin! Ich werd ihm sofort Bescheid geben, wenn er da ist! Wieso? Wieso? Warum? Hä, was warum? Weil die wollten von mir ne Aussage haben, aber nehm mich hier fest wie ein Schwerverbrecher! Haben mir die Hände wehgetan! Hast du falsch geparkt? Vorbei! Ne, war ich angeblich... Falsch geparkt wäre ne Ordnung! Ich hätte angeblich... Ich hätte angeblich ne Morddrohungen ausgedrückt! Hab ich! Aber... Geht keinem was an! Ich komme mit allem davon! Ich bin Erich! Ich mach' ein ärztliches Gutachten! Oh nein, nicht sie! Wieso nicht ich? Wofür brauchen sie denn das ärztliche Gutachten? Für meine Hände! Die Polizei hat mir Handschelf... So festgestellt... Das tut alles weh! Ist alles dick! Ja, oder zu fest zugeschlagen jedes Mal? Nein! Meine Hände! Sind sie das Meerschweinchen? Ich glaub' meine Hände brauchen auch gleich ne Behandlung! Wieso? Ich brauche... Meine Hände sind doch jetzt kaputt! So, noch mal gucken! Gucken sie mal drauf! Ja, die sind doch dann auch kaputt! Ja, gucken sie doch mal jetzt drauf! Gucken sie mal! Das sind Abdrücke von den Scheiß Handschälen! Ich brauche nur... Ja, das sind Abdrücke von Handschälen! Mehr will ich doch gar nicht! Darf mal ein Zettel! Bitte! Dann gehe ich auf wieder! Dann sind sie mich los! Ja, mal nicht abhauen! Das ist ein Angebot, dass sie nicht widerstehen kann! Test Test 1, 2 ist das Ding hier an! Hallo! Hallo! Also heute kriegen sie das auf alle Fälle nicht mehr! Ja, was ist wenn das morgen abgekühlt ist? Ja, dann ist es abgekühlt! Ja, dann können sie morgen ausstehen, weil es morgen nicht mehr so kaputt ist! Ja, dann brauchen sie doch kein Gutachten! Ich will doch zu verklagen! Ja, aber heute kriegen sie das nicht! Ja, aber ich kann... Ich habe doch nur heute die Verletzung! Ja? Hallo! Hallo! Also, darf ich Ihnen das ganzes erklären? Ich möchte die Polizei verklagen! Ja, das können sie bei mir aber nicht machen! Nein, aber ich brauche doch das Gutachten für meine Handschälen! Abdrücke hier auf meine Hand! Wenn ich jetzt morgen wiederkomme, dann... Sieh doch die Abdrücke weg! Bring mir doch auch nichts! Dreist! Siegt! Sie sind wund! Guck mal! Siehst du das? Ja! Warte, damit du es besser sehen kannst! Sieht mein Oberteil aus! Schon mal so ein Astralkörper gesehen in meinem Alter? In Ihrem Alter sicher nicht! Das sehen Sie mal! Gucken Sie mal! Das ist schon geil! Es ist beeindruckend, aber ja! Nee, ist halt wundgeschürft! Wenn ich dagegen komme mit meiner Jacke, tut das schon weh! Aber es ist nicht dauerhaft Schmerzen! Wissen Sie? Die Polizei ist immer so gemein zu mir, nur weil ich ein armer alter Mann bin, der sich nicht wehren kann! Die denken, die können wir machen, was sie wollen! Ja! Ich bin jemand, der ist immer so schüchtern und der will doch gar keinen Stress haben! Sie sind sch... Weil Sie... Moment! Nein! Stopp! So, ich schreib einmal kurz die Akte, das mach ich ein bisschen sorgfältiger, weil Sie ja das Gutachten haben möchten! Ja, genau! Erich! Tschüss! Ja! Was machen wir denn jetzt, wenn du Gehalt kriegst? Ich hab mich doch schon ausgemerkt! Hast du so? Ja! Kannst du das einfach so? Klar! Echt? Ja! Kannst du das bei mir auch anmachen? Ja! Mach mal! Ich fahr grad durch den Tunnel! Ja! Ja! Hier, immer die Rechnung! Ja! Die Rechnung natürlich mit Beuling, nicht? Muss ja die Rechnung... Die... Die... Die ist mit dabei, ja klar! Gut! Du hast mich natürlich auch sorgen können, hier denn nicht! Dankeschön! Tschüss! Alles Gute für Sie! Tschüss! Die Rechnung! Die Rechnung! Bis zum nächsten Mal.